Ja, also ich hätte gedacht, dass wir uns am Hafen treffen, da wo Simeon immer die Autos abgehoben haben. Also da in dem ungefähr. In der Ecke. Kannst du noch mal ne Einladung schicken? Jo, wenn... Ja, steig doch nicht in die Eisen. Ja, ich muss ne Einladung schicken. Das kann ich doch nicht während dem Fahren machen. Ich hab auch noch Campingausrüstung auf dem Dach. Dann können wir da, wo wir ankommen... Picknick machen, ist super. Ne? Du hast ne Campingausrüstung auf dem Dach? Ja, wissen Sie nicht, was ich für Autos fahre? Ne. Ja, werden Sie dann wissen. Ist mir unklar. Theoretisch... Ah, jetzt passiert was. Ich glaube, ich müsste es nochmal reparieren. Herr Doktor, ist Ihnen nicht das Herz übergegangen bei der Endeffahrung? Ihnen als Doktor. Achso, achso, ja. Es ist ja gut, ja. Ja, das ist sehr nett. Übrigens, ähm... Hab ich mir dann jetzt wirklich drastisch überlegt, ob ich mir das nicht doch zulegen werde. Hier, 30 Euro oder so. Da hast du alles dabei, was du brauchst. Mehr brauchst du nicht. Alles gut. Ich hab noch nicht gefunden, wo ich das kaufen kann. Auf dieser, äh... E-Mail-Seite von diesem Spiel. Da komm ich überhaupt nicht klar. Ich schick da gleich einfach mal einen Link zu dem, zu dem, zu dem, was du brauchst. Mehr, mehr als diese 30... Dieses 30 Euro-Paket, da brauchst du ja nicht. Und dann ist alles gegessen. Das ist gut. Äh, wo geht's jetzt überhaupt hin? Das ist eine gute Frage. Also ich hätte gedacht, dass wir uns... Dass wir jetzt hier dann... Hier... Ich repere hier meinen Wagen, aber noch kurz in der örtlichen Werkstatt. Das was... Hier zum Beispiel fände ich jetzt einen guten Standpunkt. Hier, das war so. Wir müssen uns ja erstmal alle da sammeln. Ja, ja. Ich eile, ich fliege. Man, ihr könnt ja gucken, wo ich auf der Karte bin. Da. Hier hätte ich gedacht. Mr. Flex, ihr könnt auch einen Betonmischer nehmen, hab ich gerade sie gesehen. Was? Ja, warum? Komm da nicht rein. Warum komm ich nicht in mein Auto rein? Oh, jetzt komm ich rein. So, ich soll zu euch kommen, ja? Seht das richtig? Ja, dass wir uns hier alle am Hafen treffen. Äh, warte mal, warte mal, mal gucken. Zum Hafen. Wo ist denn der Hafen? Aber das fand ich ja auch endlich mal ein richtiges Schiff da. Also es waren mehrere Decks, es waren unterschiedliche Abteilungen. Ja, das... Das sah schön aus. War nett. Es ist die Frage, äh, das sah... Das Schiff sah als Konzept so ein bisschen danach aus, als wäre man, äh, wie sagt man so schön, ein Sitting Duck. Da nicht sonderlich wendig, äh, wehrhaft, was auch immer aus, aber... Als, als Forschungswissenschaft so ein Krankenschiff? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich bin unterwegs. So, ich... Meinem vorm schönen Auto. Kann ich ja auch voll jetzt auftunen hier. Mit Bremsen, genau. Bremsen sind wichtig. Kann ich nicht. Gut. Ich bin mal wieder der Letzte. Ich bin auch noch auf dem Weg. Ich kann dem Auto Sprengstoff verpassen. War das eine Überraschung, dann mitten in der Fahrt? Ja, was macht man da? Was passiert da, wenn man da Sprengstoff... Ich kann ja mal lesen, äh, äh, bist du sicher, dass wir Sprengstoffen... Ne, die verraten. Ich hab euch noch ein anderes Auto, weil das ist ein bisschen schon... Kaputt. Joa. Aber wir stehen ja genug rum, also... Müssen wir mal ein paar Meter auf die Seite fahren. Oh, da kommen die Cops, weil ich einen Stern hab. Ich verpiss mich mal kurz, bin gleich wieder da. Jo. Also jetzt doch, äh, keine eigenen Autos, oder wie? Äh, nach... nach dem Schatten. Eigenes genommen, aber das ist bei mir egal, weil das ist ja nicht gepimpt, außer lackiert. Ja, weil das, was ich jetzt auch genommen hab, das ist auch nur umlackiert. Ach, Mann, jetzt hat's aber auch... In meiner Garage. Das ist aber gemein, ich hab ein Turbo drin, muss ich jetzt mal ein Auto wechseln. Ist doch unglaublich. Ich hab mir gerade beide Scheinwerfer kaputt gefahren. Doch doof. Ich hab hier so ein rotes Event auf der... Ich fahr gerade durch ein rotes Event durch, ist das irgendwas... Ach, das könnte so ein Gangangriff sein. Bloß nicht stehen bleiben, nicht aussteigen und Fenster hoch. Alles klar. Als würden sie durch die Bronx fahren. Ja. So, ich bin die Cops mal los, dann brauch ich jetzt hier nur noch ein neues Auto. Oh. Oh. Oh ist immer gut. Ich hatte mich ein bisschen festgefahren. Äh... Ich glaub, ich nehm auch das hier. Nicht die Vorfahrt nehmen, nicht die Vorfahrt nehmen, nicht die Vorfahrt nehmen. Ach, da kommt er. Kommt er sowieso nicht hinterher mit meiner lahmen Schnecke hier. Ach, da sind's ja schon. Boah, das Auto sieht dann viel zu klein für mich aus. Dann Tor vor dem Hafen. Der Schämmel steht nochmal hier. Ja, ich weiß auch nicht. Hier haben wir doch den Wagen von James Bond geholt, ne? Ja, ja. Glaube mich erinnern zu können. So, dann warten wir jetzt nochmal, bis die anderen beiden da sind. Äh... Wer ist jetzt dann den, den Zielpunkt, also wer, wer... Mach du. Du hast ja echt Gepäck obendrauf. Wir müssen uns ja erstmal in die Autos machen, ne? Ich hab's grad reparieren lassen. Ah, es ist doch nicht zu fassen hier mit dem Kacken. Eins oder alle? Das war, das war gut. Das sah gut aus. Machen wir alle, oder was? Das sah sehr gut aus. Weiß ich nicht. Oh Gott. Die Musikkapellen sind da. Hoppala. Hilfe, nein, ich hab in der Gefahr, das darf ja nicht wahr sein. Warten, wie? Einschubs, bitte. Danke. Da muss man einmal gefühlte drei Stunden auf das... Hast du denn schon erklärt, worum es geht? Nö, ich warte erstmal, bis sie alle eingeparkt haben. So. Ach, vielleicht war da drüben, okay. So, ich hätte gedacht, wir machen jetzt von hier ein Rennen, weil wir hier schon alle schön stehen. Aber vorher, also ich setz da einen Wegpunkt, da fahren wir alle hin, aber vorher werden bei allen Autos, die hier stehen, alle Reifen zerschossen. Das mach ich bei mir selbst, denn ich vertraue nicht. Oh, Fleck hat schon sichere Reifen. Was hab ich? Dann muss Fleck ein, äh, ein anderes Auto nehmen. Ja, hol ich mal ein anderes Auto. Nehmen wir das hier, aber das sieht aus wie aus Taxi. Ja, hier stehen ja genug rum. Ja, Moment. Ich fahr erstmal kurz hier an den Rand. Echt? Ich hab schusssichere Reifen? Ich hab zumindest draufgeschossen, ist nichts passiert. So, soll ich einen LKW nehmen? Nee, ne? Ey. Wo ist denn hier ein Auto? Da steht gleich eins hinterm MHN. Da ist es hier, das ist ja kein Auto. Ich hab das gleiche, das ist voll super. Das Ding ist so hässlich. Da hinten stehen noch mehr Autos. So, ähm, ähm, bei mir sind glaube ich noch nicht alle zerschossen. Jo, äh. So, jetzt bei Fleck noch alles zerschießen. Ja, wir lassen ihn erst Wein packen. Ja, ich stehe. So. Meine, schön, Reifen. Echt? Das ist ja... So. Jetzt müssten alle zerschossen sein. So. Dann mach ich jetzt mal ein spontanes Rennen. Also von Frau Nasenbär, das find ich ja recht unfair. Warum? Das ist, der ist nur umlagiert. Okay. So. Äh, wie mach ich das überhaupt? Wie ging das spontan? Das ist spontan, das ist ein Job, nee. Du musst auf Select unter den Kanten. Äh? Ah, ja, okay. Ja, ja, ja. Äh, spontanes Rennen, genau. Was ist denn ein spontanes Rennen? Ja, das ist halt so ein... MHN betrügt. Ich fahr rückwärts. Ich fahr rückwärts. Da kommt die Polizei, ist das normal? Ähm, wo ich... Mein Auto ist übrigens das längste. Äh. Mach mal spontan, spontanes Rennen. Los. Warum mal? Das ist aber auch nicht gerade kurz, oder? Da ist spontanes Rennen. Echt? Wo müssen wir hin? Das ist die Frage. Ich glaub, ich muss noch den Wegpunkt setzen, oder? Nee, du hast... Ich hab schon einen gesetzt. MHN hat es, äh, ist dem Rennen beigetreten, aber das Rennen verlassen. Was? Ich steh hier noch rum. Ich mach gar nichts. Das sind die Cops, ne? Ich hab nen, ich hab nen Stern. Ähm, ich... Könnt ihr mich nochmal einladen? Ich bin aus Unkunden raus. Moment, ich mach mal hier. Warum hab ich denn jetzt nen Stern? Ich hab gar nichts gemacht. Ich versteh das Spiel nicht. Ich hab zwei Sterne. Ich steh hier noch rum. Ich, äh... Oh, oh shit! Oh, mein Mist, das klappt ja wieder wie am Schnürchen. Funktioniert alles gut. Ich versuch mal, mein Auto in Sicherheit zu bringen. Oh, sie sehen mich hier nicht. Sie sind 30 Meter entfernt. Au! Wieso? Was? Ich, also, total unhöflich hier. Oh, mein. HALT! Sind die total... Oh, ich mag Amerika nicht. Ich mag Amerika nicht. Die überfahren sich gegenseitig. Die Polizisten. So. Ob wir ein bisschen das Tor schon wieder zu tun, das war eben doch... Ich hab schon mal einen Wegpunkt gesetzt, wenn ihr alle die Bullen los seid, dann, äh... Das Problem ist, ich hab jetzt ein neues Auto, das hat wieder intakte Reihen. Ich hab plötzlich nen Stern, weil die Polizisten mich rammen. Es ist doch einfach zum Laden. Oh nein, oh nein, oh nein. Es ist doch nicht zu fassen. Habt ihr diese Wendung gesehen? Schlimmer als... Bewegliches Zielfahrzeug ist bei... ...verfügbar. Oh, ich bin tot. Wer ist verfügbar? Das sind diese Quicksal-Gehens. Das sind doch so lächerlich. Also, Redbeard und ich haben alles sehr richtig gemacht. Was? Hier, ich hab wieder... Ich hab wieder keinen Stern. Aber Frau Nasenbär, Sie haben's gesehen. Ich stand nur da rum. Ja. Und die Sache ist... Dein Hang... Ach, ich steig jetzt hier aus. Das reicht mir. Doch, da bin ich wieder. Vielleicht überfährt mich der LKW-Fahrer. Aber schießt jetzt nicht auf meine Reifen, sonst habt ihr die Bullen ab. Ja. Ich komm auch gleich wieder. Was machen sie da? Hier sind nur ganz viele Cops, das ist jetzt das Problem. Ja, MHN hat immer noch die Cops am Arsch. Ach so, dann guck ich erst mal zu, weil das sieht ganz lustig aus. Er macht das auch ganz toll. Gehst du wohl von meinem Auto ran, da? Hub ihn runter! Oh, hier fallen die Cops, wenn die fliegen. Oh Gott, oh Gott. Ich... Ich... Jetzt nicht, ich hab zu tun. Ich... Danke schon. MHN ist tot. Okay, dann müssen die Cops jetzt hier abziehen. Ich hab mir das Knie gebrochen. Das klappt echt super alles. Das ist doch einfach. Der Redbeard hat ein Knight Rider-Auto. Oh, hier steht die Polizei auf. Warte, bis die Bullen weg sind. Warum schießen die auf... Warum hab ich jetzt hier einen Stern? Ich stehe hier nur. Ich mach gar nicht. Nein. Nein. Oh, festgefahren. Alter. Uah. Also ich schlag gleich ein zum spontanen Rennen. Ich schicke mich hier auf meinen. Ich guck mir das hier noch, das ist ganz lustig. Aber warum schießen die denn auf mich? Nein, 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 nein. Uah, das ist doch... Hüttel. 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 Wo sind die Cops jetzt langsam mal weg? Oh. Ich hab... Ich hab nur Sternen. Ich bin hier lang gerannt. Ich hab plötzlich ein... Die Cops sind einfach ins Auto reingefahren. Hüttel. Jetzt reicht mir ja. Uah. Ich geh mal hier in Deckung, weil MHN schießt genau in meine Richtung. Oh, das ist blöd. Möchtest du einsteigen bei mir? Uah. Ich hab keine Sterne. Ich guck mir das... Ich hab auch keine Sterne. Ich guck mir das nur von hier aus an. Jetzt reicht's. Ich warte gerade, dass meine Sterne weg sind. Ich weiß gar nicht. Ich hab da nur neben euch gestanden. Ihr habt das gesehen. Ihr habt das gesehen. Oh, ballert doch nicht auf die Bullen. Währen die Bullen einfach nur los. Ich versuche es. MHN ballert aber die ganze Zeit auf. Ich bin sie wieder losgeworden. Aber das hat ja nix zu sagen. Kommt ja. Ich hab sogar noch mein Auto hier. Ja, wir müssen nur... Warten bis die ganzen Cops... Oh, jetzt hat MHN noch den Raketenwaffer ausgebaut. Wir kommen so nie zum Spielen. Aber was flogt denn da gerade? Egal. Das MHN ist sich immer um beschweren, dass er so viel Geld bezahlen muss für Waffen. Munition. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin sowieso gleich wieder tot. Ich stehe hier nur, ja? Ja, ich stehe hier auch nur. Ich bin sowieso gleich tot. Alles klar. Ich bin die Einzige, die noch keinen Bullen am Arsch hat. Und ich hab schon wieder einen Stern. Sag mal. Ich hätte aber noch keinen am Arsch. Ich glaube, die haben nicht gerannt. Was sind hier los? So hat er sie quasi doch schon am Arsch. Jetzt sagt er nicht sein, ja. Was macht ihr denn den ganzen Kopf? Oh, ich glaube, jetzt ziehen sie ab, ne? Nee, das ist Frau Nasenbär. Jetzt sollte ich nicht abdrücken. Fleck hat noch... Ich weiß nicht warum, aber ich habe. Ich fühle das gerade irgendwie lustig. Aber wir könnten es jetzt alle Polizei durchschnappen. Wer hat sich eigentlich eine Genehmigung geholt, dass wir auf dem Hafengebiet sein dürfen? Ja? Ja, da kommt er alle erschossen. Da ist ein Hubschrauber. Achter. Da war ein Hubschrauber. Ich hätte er mir wieder auf dem Kopf fällt, ne? Wir kommen nie zum Spiel. Da ist der nächste. Da ist der nächste Hubschrauber. Das machen wir der nächste Folge. Ach ja, so kriegt man die Zeit irgendwo. Uh. Ist gerade irgendwas explodiert. Das war ein Hubschrauber. Ich... Oh, das ist der nächste Hubschrauber. Ich... Wollen wir nicht auch Polizeiautos nehmen? Ich hätte wieder im Rott hier. Ich hätte wieder im Swat-Team. Ich bringe die jetzt alle um mir. Ich habe die Wacken weg. Ich mache die alle platz. Ich kriege mich niemals lebend. Aua. Oh, Mist. Ja, so ein bisschen Thema. Ich kriege niemals leben. Na, er hat ja vollkommen recht. Ah. Jetzt hat der... Der Swat-Team-Fahrer hat einen vom Swat-Team überfahren. Das war sehr lustig ausgerade. Ja, das machen die öfters. Ich versuche mal wieder zu euch zu kommen. Die KI ist manchmal so dämlich. Oh, aber das Swat-Team zieht glaube ich wieder ab, kann das sein? Mhm. Das hat aber auch schon jemand in den Kommentaren gesagt, ne? Ja. Wobei... Das ist super, das Swat-Team da hinten will abziehen und schiebt da beides das Polizeiauto vor sich her. Das ist echt super. Ach, und die hier auch. Wo seid ihr denn? Ich laufe in die komplett falsche Richtung. Wo ist das denn? Komm mal, ich bin gleich da. Ich hole sie ab. Die Swat-Team ist runtergefallen. Mit meinem Auto. Die Kubs sind super, die befahren sich alle gegenseitig. Aber hier liegen viele Waffen. Ich komme. Ich kriege den LKW. Ich kriege den LKW. Ich kriege den LKW. Ich kriege ihn. Ich kriege ihn. Ich kriege ihn. Au. Au. Also wer hier Waffen sammeln möchte, ich finde ihn genug rum. Ich bleibe hier sitzen. Nachher habe ich ja immer einen Stern am Arsch. Ach, da bist du jetzt. Naja, jetzt habe ich einen LKW. Ach, okay. Das Swat-Team. LKW-Team ist weg. Die haben schon wieder einen verloren. Im Swat-Team. Da ist schon wieder einer abgestreift worden. Das haben wir ja auch schon mal, ne? Oh, guten Tag. Wollen wir jetzt mal zu euch zukommen? Niemals. Oh, shit. Der Eck-Rae-Fa. Der Eck-Rae-Fa. Der Eck-Rae-Fa. Ich räume jetzt, ich räume jetzt, ich räume jetzt hier so was von auf. So, weg mit euch, ihr Lubbelts. Weg, euch. Oh, das ist ein Fakumagut. Oh, Gott. Hau, nicht auf die Schießen. Das ist mein Auto. Hört auf damit. Was ist das, ein Krankenwagen? Mh. Mach gut, der hier. Haha, gegen die Dingsgebahn. Was macht das Swat-Team da? Ich hab'n Stern. Wieso? Was haben die gegen Hologramme? Ihr Schweine, ja, jetzt reicht's. Der Lkw ist auch sehr lustig hier, neben Renvius. Ich wär'n meiner Schicht. Oh, Gott. Wer fährt denn in dem roten Auto da? Niemand, oder? Rotes Auto? Nö. Nö. Hat jemand rotes Auto? Nö. Guck mal, da vorne ist ein Swat-Team. Haha, bam. Oh, ach, Emma, Emma. Können wir spontan rennen. Hier haben wir alles, Entschuldigung. Entschuldigung, ich dachte, du wärst Kopp. Ich würd' sagen, wir machen mal spontan hier die Fliege. Wie fürchten Sie mitfahren? Ich find's gerade lustig hier, also ich würd' uns ja noch ein bisschen zugucken. Aha. Jetzt werd' ich auch noch nass hier, das ist doch uncool. Jetzt war hier, hier ist die Action. Ey, wir wollten ein Spontan-Rennen machen, ne? Ja, das machen wir schon noch. Kann das sein, dass das daran lag, dass ich in einem gestohlenen Wagen gestanden habe? Ne, ich war ja auch in einem gestohlenen Wagen, also. Wie sieht's denn hier aus? Ich war in meinem eigenen. Oh, hier ist Redbeard. Ey, ja. Alter, war ein Doktor. Bist du da so locker rübergekommen? Steig jetzt hier ein. Wo ist mein Auto? Wie kommst du da immer so locker rüber? Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Oh, Leute, ich starte jetzt einfach das Spontane-Rennen. Ja, aber ich hab doch keine Autos hier. Ja, aber ich hab doch keine Autos hier. Mein Auto wurde abgeschleppt. Dann nehmt euch hier im Polizeiauto. Genau. Ich werd' die ganzen Polizisten drumherum verschehen. Was macht der hier? Einladung wurde verschickt. Wie macht man denn denn spontan Rennen jetzt? Was muss ich jetzt machen? Einladung annehmen? Einladung annehmen. Hammer nicht. Gerhard, Saramanta, Fantastik. Jobliste. Also bei Jobliste ist es nicht. Ne, hab ich auch nicht. SMS. Ne, hab ich auch nicht. Ich hab alle Spiele eingestarten. Es ist auch aufgetaucht da links neben mir, aber... Ja, aber ich hab hier keins... Oh, pack die Waffe weg, pack die Waffe weg. Ähm, was war das? Der Ambulanz. Der fährt ne Ambulanz rum. Ich weiß nicht, was die hier tut, aber... Das fahr ich nur noch auf die Felge. Weißt du, MHN, weißt du, was fast Selbstmord ist, wenn man so in einem Haufen von Cops steht? Zeig dir das, Maphis, auf. Was ist das? Lege auf. Was ist das hier eigentlich? Ich rechne die. Vielleicht. Oh, warte, ich komm mit. Kommt drauf an. Nee, warte, ich komm doch nicht mit. Ich hab... Tatüt, Tatüt. Keine Beschleunigung mehr. Das MAM ist da. Hat mir auf mich zu rammen. Toll. Da geht's runter. Yippie. Au, ja. Ich drehe gerade auf Pirouetten. Ah, ich hab nur noch einen... vernünftig funktionierenden Reifen. So, wir fahren jetzt. Das war's. Jetzt hab ich mich festgefahren. Ganz super. Toll, ich hab gar keinen funktionierenden Reifen mehr. Ach, das ist ein Polizist. Warum ist der die Polizist? Uhu. So, spontan rennen. Ganz spontan. Ist das ein Polizist? Nein, das ist keiner. Nö, schnell. Ach, nee, das ist... Das ist MHN. Ich glaub, wir haben sie abgehängt, MHN. Ich bezweifle. Doch, doch. Au, das bin ich. Hör doch auf, mich zu verfolgen. Ich denk immer, du wärst ein echter Bolle. EIN! Ja, gut. Ich bin flug. Ich sterb jetzt einfach in dem Frack. Ende. Oh, gut, oh, gut. Das mögliche Ziel ist nicht mehr verfügbar. Toll, da wollte ich gerade hin. Das bist du gefurte, die Folie ist so lustig. Die Unterwasserwelt sieht schön aus. Hilfe. Ich bin jetzt im wahrsten Sinne des Wortes im Frack gestorben. Verstehen Sie? Herzlichen Glückwunsch. Im Auto und im Kleidungsstück. Ja. Ach, weg mich doch, scheiß. Von Nasenbär hat die Faxen dicker. Von meinem Mechaniker, ja. Hilfe. Hier sind so viele Helikopter. Oh. Ja gut, ich hab ne Folge voll, ne. Ich hab die Nase voll. Aua. Hast du Sterne? Oh, ich schaff das aus. So, ich hab jetzt vier Sterne. Ich hab mir ein neues Auto besorgt. Mit drei kaputten Reifen schaffst du's nicht. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Doch, doch, doch. Bieso sind hier schon wieder Cops und Swat und... Ich hab keine Ahnung. Ich greife dauernd mit ein. Ich hab ja auch ein Polizeiauto. Ich fall da einfach mal hinterher. Ihr kriegt das hin. Aaaaah. Was ist das? Ich häng an der Bande. Hilfe. Ich möchte ja so gerne noch klar leiden. Die Ungemein. So. So, ich bin jetzt fertig. Ja, ich... Aber das hat ja trotzdem irgendwie nicht mit dem spontanen Rennen funktioniert. Doch, wenn nur nicht jeder von uns ständig gesucht wird. Okay, dann machen wir kein spontanes Rennen, sondern treffen uns einfach irgendwo. Wir können ja ein spontanes Rennen einfach so spontan Rennen machen. Ja, eben. Ohne spontanes Rennen. Ohne spontanes Rennen. Also total spontan. Ja, aber wir müssen ja alle denselben Wegpunkt haben. Ja. Geht das nicht? Ja, dann müssen wir uns alle den gleichen Wegpunkt setzen, ne? Ja. Also ich hab mir den Wegpunkt... Ich brauche jetzt mein neues Auto, ich hab nämlich keine Reifen mehr. Ja, das treffen wir uns. So soll's ja auch sein. Ja, da wo... Ich hab mir den Wegpunkt oben im Norden bei dem... bei dem... bei dem... bei dem... Los Santos Customs gesetzt. Ich fahre nämlich nur noch auf der Felge. Ja, das bin ich eben auch. Du kommst nicht voran. Geht nicht. Doch, leicht. Komme ich da durch? Nein. Oh, da verdreht wird... Also, ähm... Er fährt in Anführungszeichen für euch. Ich würde mal ein anderes Auto kurz... Wenn sie nicht gestorben sind, dann probieren sie das auch wieder. Problem ist, hier sind die... Jetzt überall Cops mit dem Reifen zu schießen, wird's schwierig, ne? Nein, 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 nein... Trams... Aber wer kommt mir denn da? Der rennt mir, der kommt da an. Ansonsten Wheelies irgendwann platzen die Hinteralfen von alleine. Ja, danke. Sie müssen da raus. Sie müssen da raus. Wenn die andere... Wer war das denn jetzt? Ach... So. Steigen sie ein, Herr. Immerhin. Ruh. Aber ich hab das Tor hinter mir geschlossen, ne? Das hast du gut gemacht. Kann natürlich sein, weil du... Was? Was? Was?